Es gibt unterschiedliche Arten, wie die Musik entsteht. Also manchmal sitze ich am Klavier und mir fällt irgendwas ein und später kommt erst ein Text. Manchmal ist es auch so, dass ich in ein Buch eine Textidee schreibe und viel später erst die Musik dazu kommt. Aber oft ist es tatsächlich, dass ich am Computer sitze und mir einen coolen Sound raussuche, zum Beispiel eine Baseline, mit der ich beginne, und dann baut sich da herum ein Song und dann kommt erst ein Text.